In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, sich mit dem Thema Investitionen und Anlageklassen zu beschäftigen. In diesem Video erfährst du, wo ich mein Geld anlege, um dieses langfristig zu vermehren. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce Verkaufen auf Marktplätzen, Investitionen und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um so kein weiteres Video mehr zu verpassen. Normalerweise dreht es sich auf diesem Kanal um das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay. Jedoch möchte ich auch Anlageklassen, wo ich mein Geld investiere, einmal veröffentlichen und dann nach und nach in jedem Video ins Detail auf diese Assetklassen einzugehen. In erster Linie investiere ich mein Geld sehr viel in Wareneinkauf, um diese Ware wieder schnell zu verkaufen, um dadurch Gewinne zu erzielen. Einen Teil von diesen Gewinnen lege ich jedoch auch langfristig an. Vorab gesagt, ich bin kein Anlageberater und möchte hier nichts empfehlen. Das sind meine Investitionen, die ich tätige. Diese können für dich vielleicht nicht in Frage kommen. Deshalb soll das hier auf jeden Fall keine Empfehlung werden, sondern schau dir das Video an, wenn du davon was mitnehmen kannst und es dich anspricht und du dich mit diesem Thema beschäftigen möchtest, dann hast du die freie Entscheidung dazu. Wie du schon am Titel gesehen hast, habe ich in den Aktienmarkt investiert. Denn seit März dieses Jahres ist der Börsencrash passiert und viele Aktien sind am Boden gewesen. So konnte man hier zuschlagen. Jedoch musste man auch hier vorsichtig sein, denn viele Unternehmen werden sich nur sehr schwer erholen und manche Firmen haben auch Insolvenz angemeldet. Jedoch habe ich mit vielen Aktien, die ich gekauft habe, bin ich schon mit 30% im Plus, so dass es sich definitiv gelohnt hat. Des Weiteren lege ich mein Geld in Gold an und Silber. Das ist eine langfristige Sache, die ich schon seit 2011 mache. Und zwar lege ich mein Geld in physisches Gold und Silber an und lager dieses. Denn Gold und Silber ist definitiv eine Anlageklasse, die sehr langfristig basiert ist. Damit kann man nicht unbedingt seine schnellen Gewinne machen. Damit kann man sein Geld vor Inflation schützen und es irgendwie absichern. Und falls man es dennoch braucht, kann man es schnell wieder durch bares Einlösen. Des Weiteren lege ich mein Geld an in Immobilien. Immobilien ist natürlich ein Thema für sich. Es geht nicht einfach so, sich etwas zu kaufen. Im Normalfall finanziert man sich das. Jedoch besitze ich Immobilien. Zum Teil nutze ich diese selbst. Und die Vergangenheit der Jahrzehnte hat gezeigt, dass Immobilien stetig weiter wachsen und ist somit auch eine Absicherung eures Geldes. Dann investiere ich auch natürlich in etwas spekulativere Sachen, wie zum Beispiel den Bitcoin und Kryptowährungen. Hier habe ich definitiv schon gute Gewinne erwirtschaftet. Ich bin seit 2017 in Bitcoin investiert. Habe damals bei dem Hype große Gewinne mitnehmen können. Und dann bin ich ausgestiegen. Jedoch bin ich jetzt in dem Corona-Crash wieder eingestiegen und habe das auch diesmal wieder nicht bereut. Und kann auch hier von guten Gewinnen berichten. Aber wie gesagt, dazu im einzelnen Video mehr. Und zu guter Letzt kommen wir zu der wichtigsten Investition. Und zwar ist das die Investition in euch selbst. Wenn du in dich selbst investierst, kann dir dein Erlerntes keiner mehr nehmen. Denn die Dinge, die du dir angeeignet hast und damit mittlerweile was erwirtschaftet hast, wirst du immer wieder können. Denn wenn du finanziell irgendwann mal am Boden bist und dir alles genommen wird, kannst du dich definitiv wieder nach oben aufbauen. Denn die Erfolge, die du bis heute erwirtschaftet hast, diese kannst du dir immer wieder zurückholen mit deinem Wissen. Aber auch an die Gesundheit solltest du denken. Und zwar mache Sport regelmäßig und ernähre dich gesund. Das gibt Energie und bringt dich an deinem Erfolgsweg weiter. Wie schon vorab gesagt, werde ich zu jeder Investition ein separates Video machen. Deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Drücke die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Mich interessiert natürlich auch, wo du dein Geld anlegst. Schreibe es gerne unten in die Kommentare. Teile es mit anderen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gib dem Video einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Viel Erfolg und bis zum nächsten Video.